Viele trinken bitteren Grüntee und ich persönlich mag keinen bitteren Geschmack. Heute zeige ich euch, wie ich meinen Tee zubereite. Ich trinke momentan zwei Teesorten, einmal den japanischen Sencha-Tee und diesen leckeren grünen Kokos-Tee. Von diesen grünen Teeblättern brauche ich 7 Teelöffel. Das Wasser soll 90 Grad sein. Ich stelle meinen Timer auf 2 Minuten. Die grünen Teeblätter sind großartig, überhaupt nicht bitter, sondern sehr aromatisch und es gibt dem Körper gleich richtig Energie. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne trinkt.